hey ho freunde da sind wir auch wieder bei starbaut hallo immer ja wir haben jetzt hier violium bars das ist dieses neue erz was man aus kerulium das sind diese blauen daraus mit kohle zusammen ergibt dann das neue erz und wer hätte das gedacht eine neue rüstung und warum nicht neu ist besser so ich baue dann auch schon mal das upgrade und habe dann noch 22 über gott so muss ja noch in die kiste rein ich habe sie glaube ich entgegen geschmissen okay den helm das also ich lasse das an was ich an habe dass sie nämlich deutlich besser aus glaube ich die alte rüstung kommt dann hierhin er hat sie gekloppt noch am einschmelzen jetzt mal noch bäume fällen gehen naja ich hätte es genug gemacht habe ich sonst immer was auch kohle brauchst ich hab noch 109 hast du upgrade mir auch zugeschmissen was hat deine waffe für ein schaden 2500 wir haben die neuen also wir können jetzt auf rubin basis bauen und da hat die zwei hand axt damage pro schwingen von 2400 meine immer noch besser ja aber nicht mehr viel das heißt nächste tier brauchen wir mehr alter ich dachte ich gucke nicht richtig wir haben aber rubine ne ich nehme ein paar rubine raus und crafte mal eine neue waffe 2000 zweihandsperr 1200 2400 die ist schwach die ist schwach die hat auch noch 2000 okay swing speed ist langsamer ja ich würde sagen dann nehmen wir doch hier die nicht wir nehmen live crusher kräft für zehn rubine so endlich mal was vernünftiges hier von der geschwindigkeit geht das eigentlich könnte schneller sein ich wollte gerade sagen was das für ein roboter so was haben wir denn hier noch neues dazu bekommen oh geil ja ich habe das upgrade noch nicht von dir gekriegt ach so geht doch scheiße hätten wir das wir hätten nur das upgrade kaufen sollen warum weil das nächste das rubin tech upgrade ist die rubine haben wir viel zu viele habe ich das jetzt schon gebaut warum hat er es mir noch nicht gegeben kräft jetzt direkt den test wegschmeißen so und hier ist das nächste upgrade was kommt denn als nächstes rubin okay da ist nichts neues dazu gekommen würde ich behaupten ja ich habe jetzt nur eine neue rüstung sehe ich da gerade das richtig das rubin upgrade dass das letzte oder was warte jetzt sagen wir nicht dass wir das jetzt auch so einfach machen können 200 hält die ab ist die stärke als unsere aktuelle rüstung ja oh nein ernsthaft wir brauchen wir nochmal für eine rüstung 67 ok klick und klick und klick war schön die rüstung haben wir lange spaß mit gehabt wer hätte ahnen können dass wir wir ruine brauchen ne schuhe wo ist meine schuhe da sind die schuhe krass krasser schied 430 leben warum alter mein leben ist komplett low ja ich gucke jetzt mal wie viel leben ich jetzt gleich habe die rubin rüstung ja müsste eigentlich für dich auch noch locker reichen nö wie nö wie viel leben hast du nochmal 430 500 warum hast du 500 weil ich mir direkt die nächste rüstung gebaut habe die du mit rubin und kohle machst hättest du mal dran denken müssen ne naja ist richtig ja egal zwei folgen zwei rüstung eine folge nee zwei folgen drei rüstung so gesehen ich würde sagen nächster planet oder waffe ausprobieren und rüstung testen und ja was brauchen wir denn als nächstes alter wie siehst du aus wie ein taucher oder was das ist die höchste rüstung zurzeit also die rubin rüstung sieht schon ein bisschen schwul aus womit baut man denn das nächste upgrade die höchste rüstung jetzt wenn du die rüstung ausziehst verlierst du dein leben achte scheiße dann schlafen wir mal ein bisschen kann man erst noch machen ach komm was soll der geiz heilig 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 kannst das nächste upgrade auch schon bauen warte 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 die beste rüstung also geht es gerade aktuell nicht höher ja ja schade da muss ich sagen dass egis heute am schwierigsten zu kriegen war ja wenn lange für gesucht ich würde sagen wir gehen jetzt ab aufs schiff und dann mal rüstung testen den mond nee lass uns findet man da auch eine basis wenn ich nicht da will ich sowas nehmen wo wir eine basis finden können hier wohl kann vulkan zeugs ich könnte fast auf das schiff drauf fliegen sogar kann ich fliegen jetzt vorher biebe ich mich nach oben also du willst ein vulkan ja so regenfeld zapp zapp forest level 9 hätte ich auch noch doch von mir ist auch das da muss auch noch mehr energie gehen die geht noch zu langsam auf target blink 3d printer ich meine wir haben noch dies ab was ist denn das für ein upgrade gewesen was wir noch hatten rubinium das zum imperium machen macht das was wir bei den schwulen piraten gekauft haben das ist irgendwie dass du neues item kaufen kannst aber ich weiß nicht was so doof das war irgendwas mit speed ja hatte ich auch in den swing speed habe ich ja auch geholt habe ich auch schon angelesen aber hast du auch nichts von erhalten ja da sind wir da sind wir moonwalk ostlande schneller ein bisschen moonwalk hier ach du hast du dich hast wirklich vulkan genommen links auf jeden fall sind viele diamanten ich baue sie direkt ab ok auch der macht 40 schaden hier treffen ist ein bisschen schwierig ok bm scheiße ist das weit ein großer planet na ok hier ist auch wieder die die anziehungskraft eine andere ouch wow die rüstung ist super geil oh feierte seite kein problem die rüstung voll geil finde ich super kohle diamanten ich kann noch viel länger damit fliegen was sind level ist das level 9 und die machen nur 60 schaden oder 40 ja wegen der rüstung wenn du böse bist dann ok nicht da musst du echt aufpassen hier dass man nicht in so einen kleinen lavasee reinfliegt da kannst du jetzt auch fliegen fällt meinte ich hey 6 pixel krass ok ich mag den planeten hast du mal durch asche durchgebuddelt ja das ist ähnlich wie sand glaube ich ne ja alter diamanten über diamanten hier ok vulkan diamanten logisch macht auf jeden fall ein bisschen sinn ich würde jetzt gerne eine kiste finden oder irgendwie eine basis oder sowas kiste wäre cool 240 damage bam ich habe wahrscheinlich eine basis wahl ich bin so weit weg ok kohle junge acht hier sind sehr abnormal das ist auch schlimmer als cheaten das ist noch schlimmer als das ist korrekt bandage sind auch nicht mehr das was ich mal war ein eine bandage hält glaube ich ein punkt jump boost nach der scheiße auch eine waffe gekriegt mit 1292 schaden und feuerschaden okay ist jetzt nicht mehr so gut ich brenne ich brenne ich brenne alter war ein scheiß swing speed ja ich hab so ein boss monster gekillt ich will auch ein boss monster haben ja wie nun es gibt ja nicht wir müssen mal gucken ob wir uns diese medikits machen können ja die müssen aber mehr bringen eine kleine kiste und lächerlich ich habe diese fackeln gefunden und also nicht die 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 torch fackeln sondern diese die wahrscheinlich wirft so leuchtstiebe unten kräftet ja nicht ganz da komme ich da nicht ran komme ich da so nicht ran und ich glühe ich glühe ich habe eine neue schusswaffe was ich das ist böse was das monster die fand mehrere was reicht nicht boah und wieder ein punkt lava da ja nicht schlecht die waffen vor allem auch die rüstung was was das war knapp ja wo ist die basis kommt die gleich werde kommt gleich hier ist ja da ist das cool geht es hier rein hier weiß noch ein bisschen monster da wo hier ja okay lass doch mal rankommen hier auf dem kopf macht jetzt 200 schaden pro hit mich aber da kommt was böses ich hab sie mir sie macht ihr auf ach scheiß drauf mach den 300 schaden okay das ist uncool jetzt was zur hölle du bist tot ja aber warum danke für die fixe ich hatte fast vor das leben das korpion ist ein skorpion aber skorpione machen wir mal eben wandelt kommst du noch mal wieder oder nicht ja ich komme wieder ich möchte die folge nicht noch mal so wenden also soll ich doch warten auf dich ja wird halt mal wie ein bisschen länger weiter also vulkan gebiet ist nicht ohne wie weit waren das weg das war noch nicht so weit nach links gegangen bin nach rechts nach links gegangen das war nicht soweit aber wieder entgegen was wir sonst nichts zu tun wir brauchen noch bessere schuhe die schneller sind flugdinger werden mich werden am besten oder so was bräuchten wir noch oder quantum er sieht auf gesorgt mein kopf nein schön ausgetrickst und in der lava gefallen der wohl das monster geht ja fast was ist noch oben drüber nichts war schon drauf ja achtung hier ist eine falle wie unten drin was sind diese räder oben drüber ist ein skorpion nach oben schießen das ist nicht genau das ist Bäm, 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 bädem, bädem. Dum, ta-dum, 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 ta-dum. Bäm. Wie deine Falle? Hier ist ein Pixel, Silber, Fleisch. Fleisch, Pixel. Knochen. La-la-la-la-la-la-la. So, dann gucken wir mal mehr nach dort. Da ist halt nichts. Hier runter? Ja. Keine Energie mehr. Für die reicht's aber. Hm, Silber. Da waren wir schon. Da kommen wir noch hin. Lass erst mal weiter nach unten gehen. Okay. Wir sind noch mehr Monster. Dum, ta-dum, ta-dum. Wow. Wow, wow, wow. Alter, was spuckt der denn? Fin scheiß. Hat, da-da-da-da-da-da-da. Hier, Christel. In dein Gesicht. Airblood. Ich hab gleich keine Fackel mehr. Ich hab gleich keine Fackel mehr. da gibt es nur nach oben okay wir können auch noch allerdings gehen ja ja als kombioren dreckszahlen weiter nach links weiter runter auch wieder in runden facken gold okay waren wir in der hülle schon da drüben ich habe keine fackeln mehr ein ding wir gehen erst mal hier lang pixel nimmt die knochen mit ab und an hier waren auch noch nicht pixel da drüben haben wir schon hier war noch nicht aber ist hier nichts mehr nichts mehr haben wir nicht hier schon bin ich ganz sicher hast du kein bei menschen mehr doch wo auch nicht da hat 400 schaden kassiert pixel ja haben was ne ja cool geiler tempel ist noch mal ein guter folgen abschluss gezeigt was die rüstung kann was ist hier taschenlappe jetzt raus ach es dunkel geworden ist dann bleibe ich hier drin ja mal wieder längere folge aber dadurch haben wir noch kleinen tempel erforscht und natürlich neue waffen ja ich würde sagen wenn es euch gefallen hat daumen nach oben und morgen wieder dabei sein gucken was morgen uns erwartet mal schauen ja bis morgen bis morgen tschau tschau